Ja, Resilienz in Zeiten digitaler Überwachung. Gibt es noch Chancen, Schweigepflicht und informationelle Selbstbestimmung zu schützen? Das ist ja schon ein plakativer Titel, den mir Silke Müder da vorgeschlagen hatte. Er enthält vier Bereiche, die jeder für sich einen Vortrag von einer Stunde benötigen würden. Resilienz, digitale Überwachung, Schweigepflicht, informationelle Selbstbestimmung. Ich werde versuchen, in 20 Minuten zumindest ein paar Gedanken zu entwerfen, unvollendet, unvollständig auch zu den Themen Chancen und Schützen. Mit allen vier Themen sind wir seit Einführung der Telematik-Infrastruktur vor fünf Jahren konfrontiert. Stellen wir mal vorerst die Resilienz noch zurück. Aber digitale Überwachung, inwiefern gibt es die? Wir denken vielleicht an die chinesischen Social Scores, von denen heute schon die Rede war. Ein Kommentator in der Zeit hat vor zwei Jahren einmal etliche Überwachungsmaßnahmen aufgelistet, die im Zuge der Antiterrorgesetze, wir denken an 9-11, erlassen wurden und jetzt teilweise unbefristet weitergelten. Und die wir bei unserem Thema im Hinterkopf einfach auch mitdenken müssen. Das ist dieser Kommentar von Kai Biermann. Da gehören dazu etwa ein Kennzeichenscanner, ein Staatstrojaner, die Pflicht zum Fingerabdruck im neuen Personalausweis. Oder auch die Möglichkeit für den BND, 30 Prozent aller Netze zu bespitzeln und heimlich Online-Durchsuchungen durchzuführen. Auch haben wir jetzt das Mitlesen verschlüsselter Messenger-Dienste durch Verfassungsschützer und Bundespolizei, was wiederum auch unsere theoretische Möglichkeit einschränkt, auf diesem Weg verschlüsselt nämlich Messenger, verschlüsselt sicher mit Patienten und Kollegen kommunizieren zu können. Und das gilt auch für den jetzt in der Diskussion befindlichen Entwurf der EU-Kommission zur anlasslosen Chatkontrolle. Sie wissen, es geht hier eigentlich um den besseren Kinderschutz. Und wir haben die E-Evidenzverordnung, es ist jetzt gerade diese Woche die europäische Anordnungsverfügung, ich habe jetzt den Begriff nicht mehr ganz genau im Kopf, praktisch mehr oder weniger schon durchgegangen. Das heißt, es kann aus anderen Ländern unter bestimmten Bedingungen auf Clouds wiederum in anderen EU-Ländern zugegriffen werden. Der Begriff der digitalen Überwachung hat mich beim Lesen der Digitalstrategie der Bundesregierung, die jetzt im August rauskam, als erstes an den Überwachungskapitalismus denken lassen, über den die Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff geschrieben hatte. Denn die Digitalstrategie von der Bundesregierung, in der auch von der flächendeckenden digitalen Verfügbarkeit im Gesundheitswesen und in der Pflege die Rede ist, trägt den dazu passenden Titel Digitalstrategie gemeinsam Werte schöpfen. Nicht umsonst hat beispielsweise Netzpolitik.org, das sind kritische Digitaljournalisten, haben die dazu kritisiert, dass diese Strategie nicht den versprochenen, umfassenden digitalen Aufbruch bringt, sondern das offenbare, was die Bundesregierung zuallererst unter Digitalisierung verstehe, nämlich Wirtschafts- und Technologiepolitik. Um viele Datenwerte schöpfen zu können, ist aber Druck nötig, wie jetzt mit den vierstufigen Opt-outs geplant, Sie haben sicher davon gelesen. Wo aber bleiben die Patientensouveränität und informationelle Selbstbestimmung? Wenn nun automatisch für alle Bürger eine elektronische Patientenakte ab Geburt geschaltet wird? Wenn Leistungserbringer diese Akte zu befüllen haben? Wenn grundsätzlich alle Leistungserbringer auf alle Daten zugreifen können? Da ist da nichts mehr mit feingranuliertem Einzelmanagement. Und wenn die Daten automatisiert an ein Forschungsdatenzentrum gehen, pseudonymisiert, wie nun von der Regierung geplant? Wer wird hier tatsächlich von seinem Widerspruchsrecht gebrauchen? Wie etwas soll ein Baby, ein Kind, ein dementer Patient, ein psychotisch- bzw. paranoid Erkrankter, ein die Bestimmungen nicht verstehender Migrant, ein bildungsferner Mensch, ein einkommensschwacher Bürger, der sich nicht die neuesten und damit vielleicht sichersten Geräte leisten kann, wie soll ein nicht technikaffiner Älterer, unter Umständen Multimorbid Erkrankter, hier informationelle Selbstbestimmung ausüben können? Mit den mehrfachen Opt-outs wird indirekt auch Zwang ausgeübt. Und das wäre also ein weiterer Begriff, den wir den vier genannten starken Begriffen eigentlich noch hinzufügen müssten. Wir kennen den Zwang ja schon bestens von der gesetzlichen Pflicht zum TI-Anschluss, zum E-Rezept und zur EAU. Alles für uns verpflichtend im Grunde. Der Zwang wird uns auch beim Befüllen der EPA und dies wiederum dann mit strukturierten Daten und mit automatisierter Datenweiterleitung noch mehrfach begegnen. Zwang erscheint in vielen Bereichen der Verwaltung offenbar nötig, damit Digitalisierung effizient sein kann. Wenn dafür alle mitmachen müssen, wie das laut aktuellen McKinsey-Report nun angeblich auch 96 Prozent aller Praxen schon tun, dann können auch alle überwacht werden. Oder eben auch viele Daten, oft auch zu nicht-gemeinwohldienlichen Zwecken, gesammelt oder gehackt werden. Wie wir das kürzlich bei 9,7 Millionen australischen Gesundheitsdaten erlebt haben, die dann im Darknet gelandet sind, oder 2020 bei tausenden äußerst sensibler finnischer Psychotherapie-Daten. Wir haben heute schon andere Beispiele auch gehört. Aber lassen wir an dieser Stelle den Datenschutz und die Gefahr, dass sensible Daten gehackt werden, einmal beiseite. Nicht, dass das keine Rolle spielen würde, die Relevanz haben wir gesehen. Nein, es geht jetzt hier vielmehr um die wirtschaftlichen Interessen an Gesundheitsdaten, wofür dann gar kein Hacken mehr nötig ist, sondern einfach ein Antrag an das Forschungsdatenzentrum. Letztes Jahr hatten ja schon zahlreiche Industrieverbände einen leichteren Zugang zu den EPA-Daten gefordert. Darunter unter anderem der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Bundesverband Gesundheits-IT, der Pharmaverband VFA, der Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie. Das sind jetzt teilweise Verbände, die mit Versorgung von Patienten bzw. patientenbezogener Forschung nicht allzu viel zu tun haben. Und häufig lässt sich hehre Forschung eben nicht von gewinnorientierter Marktwirtschaft trennen, mit vorrangigem Interesse an hohem Absatz von Produkten. Und das möglichst schon vorhersehen zu wollen anhand der Daten, was denn wohl gebraucht werden könnte. Aktuell, wir haben es gehört, wird ein breiter Zugriff für die Pharmaindustrie auf die Gesundheitsdaten geplant. Das haben Politiker der Regierungsparteien für das anstehende Gesundheitsdatennutzungsgesetz angekündigt. Auch die Pharmaindustrie soll dabei von dem Datenschatz profitieren, so war es formuliert, sagt ein SPD-Bundestagsabgeordneter. Die Industrie soll möglichst umfassender Zugang zu den Gesundheitsdaten verschafft werden, sagt ein FDP-Mann. Es ist ethisch geboten, dass wir zu einem anderen Selbstverständnis von Gesundheitsdatennutzung in Deutschland kommen, sagt ein grüner Unfallchirurg, der seit zwei Jahren im Bundestag sitzt. Die CDU und CSU haben damit sowieso kein Problem. Also Sie sehen, auf die Politik werden wir uns nicht verlassen können. Auch international sollen die Daten leichter fließen können, wie die Bestrebungen für einen europäischen Gesundheitsdatenraum zeigen. Und hier wird es nach derzeitigem Entwurf der EU-Verordnung, die frühestens 2024 kommen wird, Datenlieferpflichten für uns geben. Nämlich Daten aus der elektronischen Patientenakte zur Sekundärnutzung zur Verfügung zu stellen. Da sind wir wieder beim Zwang und beim wirtschaftlichen Interesse an den Daten. Shoshana Zuboff beschreibt dementsprechend Entwicklungsmechanismen des Kapitalismus, wie er Dinge, die außerhalb der Marktdynamik liegen, in beschlagnimmt, schleichend, und in ein Marktgut verwandelt. Das werden dann wohl auch Praxisdaten sein, die primär eigentlich nur durch Diagnostik und Therapie entstehen und durch das Arzt-Patienten-Verhältnis und somit an sich außerhalb der Marktdynamik liegen. Das wohl nicht mehr lange. Das Gleiche gilt aber auch für die Privatdaten aus dem Alltagsleben, die Aufschluss zum Gesundheitszustand geben könnten. So schreibt der Telemedizin-Lobbyist Franz Bartmann im soeben erschienenen Buch Digitalisierte Gesundheit, in dem ich ein Kontra zu seiner Position gebe. Ich habe ein, zwei Exemplare dabei, wenn jemand Interesse hat. Er schreibt begeistert von Beschleunigungssensoren im Smartphone, die automatisch ein typisches Bewegungsprofil durch die Art generieren, in der es sein Besitzer aus der Hosentasche zieht. Auch könnten durch moderne Bordcomputer Daten über das Fahrverhalten während der Autofahrt aufgezeichnet werden. Das passiert ja schon. Aber jetzt immer auch mit Blick auf den Gesundheitszustand müssen wir das denken. Auch smarte Hausgeräte und Assistenzsysteme wie Alexa oder Siri würden sich in Zukunft zunehmend zum selbstverständlichen Begleiter im Gesundheitsmanagement entwickeln, sagt Bartmann und sagen wohl auch viele andere. Angedacht ist ja auch, dass bei depressiven Patienten etwas schnell reagiert werden könnte, wenn Bewegungsmuster oder Inhalte bei Sprachnachrichten auf eine Zustandsverschlechterung oder gar Suizidalität schließen lassen würden. Wollen die Menschen aber eine solche proaktive, fürsorgliche digitale Überwachung durch Staat und Krankenkassen, wir hatten heute früh schon kurz auch davon gehört, wo doch sonst gerne von Patientensouveränität und Eigenverantwortung die Rede ist? Eine Debatte darüber hat bisher nicht stattgefunden. Und sollen diese Privatdaten dann auch automatisch an die Forschung fließen? Denn in die EPA sollen sie möglichst rein. Heute schon fließen ja unsere quartalsweisen Abrechnungsdaten von der KV über die Kassen weiter an das Forschungsdatenzentrum, ohne dass Patienten widersprechen können. Ein weiterer Zwang. Dazu kommt, dass diese Daten nur pseudonymisiert sind, was Lauterbach aktuell wohl auch für die EPA-Daten anstelle der Anonymisierung forcieren will. Und, dass die Abrechnungsdaten zumeist auf Abrechnung und Verordnung ausgerichtet sind und somit nur bedingt geeignet sind für qualitativ hochwertige Forschung und somit bei derartiger Verwendung das Patientenwohl sogar gefährden könnten. Durch diese Weiterleitung der Abrechnungsdaten ohne Widerspruchsmöglichkeit für Patienten ist heute schon die Schweigepflicht erheblich beschädigt. Das ist schlimm genug. Mindestens genauso schlimm ist es aber auch, dass wir nach kurzer minimaler Aufregung das heute schon resigniert hinzunehmen scheinen. Vielen Kolleginnen ist das bisher gar nicht bewusst oder bekannt. Durch die jetzt geplanten Opt-out-Neuerungen wird die Schweigepflicht weiter ausgehöhlt werden, auch durch die automatische Weiterleitung. Und manche anfangs genannten Überwachungsmethoden tragen zusätzlich dazu bei. All das beschädigt neben der Schweigepflicht noch ein weiteres hohes Gut, das wir im Kontakt mit unseren Patienten, aber gesellschaftlich, gerade auch bei Innovationen dringend brauchen, nämlich Vertrauen. Ein weiterer nötiger, starker Begriff auf unserer Liste. Wie aber kann ich eine Entwicklung vertrauen, die uns ursprünglich einmal zur Vermeidung von Doppeluntersuchungen und Wechselwirkungen verkauft wurde, beides zudem nicht stichhaltige Argumente, jetzt aber mit angewandtem Zwang zur internationalen wirtschaftlichen Verwertung sensibler Gesundheitsdaten führt? Wie also können wir die Schweigepflicht schützen und Widerstandsfähigkeit entwickeln, was uns endlich zur Resilienz bringt? Einem heute ja vielseitig verwendeten Begriff. Wir sprechen von Resilienz im psychischen Bereich. Wir sprechen auch immer mehr von Resilienz im ökologischen Bereich, wenn es etwa um die Frage geht, wie Gesellschaften bei der kaum mehr abzuwendenden globalen Erhitzung um mindestens zwei Grad sich vorbereiten müssen auf die gesundheitlichen Folgen, aber auch gesellschaftliche Unruhen und politische Instabilität, die das mit sich bringen wird. An dieser Stelle muss schon auch einmal angemerkt werden, dass Digitalisierung immense und weiter steigende Mengen an Rohstoffen und Energie verbraucht und damit zur globalen Erwärmung beiträgt. Immer mehr wird aber auch von digitaler Resilienz gesprochen und dafür gibt es jetzt auch bereits ein eigenes Institut, das davon spricht, dass sich gerade durch die derzeitige Häufung von Krisen und schlechten Nachrichten bei der Hälfte der deutschen Internetnutzer Ermüdungserscheinungen zeigen und immer mehr Nutzer etwa aus den sozialen Medien aussteigen. Weiter zeigen Untersuchungen, dass sich jeder Dritte mittlerweile von Dynamik und Komplexität der Digitalisierung überfordert fühlt und bei den Digital Natives unter 30 auch schon jeder Vierte. Der Digitalisierungshype könnte also sein Zenit eventuell schon überschritten haben, das darf uns Hoffnung geben. Dabei spielen laut dieser Untersuchung Faktoren eine Rolle wie die Leistungsüberwachung, wie am Arbeitsplatz zum Beispiel, die Sorge, eine gläserne Person zu werden, die Nichtverfügbarkeit der nötigen Technologien oder auch die Komplexität der Technik mit ihrer Unüberschaubarkeit. Naja, diese Faktoren kennen wir ja alle auch aus unseren Praxen und sie bereiten uns frustrane Gefühle von Ohnmacht und Ausgeliefertsein. Was also tun? Der Nachhaltigkeitsforscher Tilman Santarius empfiehlt angesichts des schon erwähnten Energie- und Ressourcenverbrauchs von Digitalisierung so viel Digitalisierung wie nötig, so wenig wie möglich. Das ist letztlich auch die Leitschnur, die wir im Bündnis für Datenschutz und Schweigepflicht verfolgt haben. So wenig Digitalisierung wie nötig, wie nötig, das bedeutet eben auch vielleicht, dass die TI nicht unbedingt nötig ist für eine bessere Versorgung. Ich und viele andere sind weiterhin nicht an die Telematik angeschlossen und sparen uns damit viel Zeit, Geld und Nerv. Mancher, mancher, der sich zum Beispiel wegen der vielen AU-Bescheinigungen dann doch noch angeschlossen hat, Hausarztpraxis, 70 AUs am Montagmorgen, wir haben das gestern Abend diskutiert, mancher überlegt sich jetzt im Zuge des unsinnigen und teuren Connectortauschs dann doch ein Wiederabstöpseln. Eine Kollegin hat mir kürzlich erzählt, sie mache nur ein paar wenige versicherten Stammdatenmanagements zu Quartalsbeginn, zieht dann aber für den Rest des Quartals wieder den Stecker. Ich mache Ihnen hier so ein paar mehr oder weniger direkt oder indirekt formulierte Vorschläge. Mit einem Nicht-Anschluss wird man auch einer zeitgenauen Verordnungs- und Leistungsüberwachung entgehen können, die kommen könnte. Man ist nicht allein, wenn man eine solche Strategie verfolgt. Wir arbeiten beim Bündnis für Datenschutz und Schweigepflicht mit zwei Signalgruppen, also hat er diesen Social-Media-Dienst. Einer nennt sich Stammtisch mit vielfältigen Themen zu Gesundheitswesen und Digitalisierung. Eine weitere Gruppe ist aber speziell für die Telematik-Kritikerinnen. Man kann sich hier anmelden, die Mailadresse sehen Sie, Signal- und Gesundheitsdaten in Gefahr. Bitte Name, Ort und den eigenen Stand der Dinge zur Telematik mit angeben. Und auch die Anmeldung zu einem Newsletter, das die untere Mailadresse ist, möglich. Durch die klare Haltung und die guten Argumente, glaube ich, die wir inhaltlich haben, sind viele gute Aktionen entstanden, etwa die Petition vor zwei Jahren, vielen Dank auch an die Freie Ärzteschaften und viele andere Gruppierungen, die das unterstützt haben, für die wir auch in der Fußgängerzone Unterschriften gesammelt haben. Auch das kann man machen, mal mit den Bürgern reden, wir wissen alle von nichts. Wir haben Presseartikel geschrieben, Interviews gemacht, Beiträge für Dokumentationen sind entstanden, Teilnahme in einer TV-Diskussionsrunde und manches mehr. Mir zum Beispiel macht es Spaß, zu schreiben, zu reden und zu argumentieren. Auch haben wir mehrfachen den Bundestagsabgeordneten im jeweiligen Wahlkreis Kontakt aufgenommen. Das ist sehr empfehlenswert, auch wenn es ein Bohren dicker Bretter ist. Ich glaube aber gerade, was den europäischen Gesundheitsdatenraum und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz angeht, sollten wir alle wieder zu unseren Bundestagsabgeordneten mal ins Büro gehen. Man kann an die TI angeschlossen sein, aber man muss ja da noch lange nicht die EPA befüllen. Es sei denn, das grandiose Erstbefüllungshonorar von 10 Euro verlockt einen. Aber will man dafür die Schweigepflicht aufs Spiel setzen? Das Gebot der Datensparsamkeit wird auch bei Befüllung der EPA zu beachten sein. So empfiehlt selbst der Ex-Gematik-Mitarbeiter und vehemente EPA-Befürworter Marc Langgut im heuer erschienenen Buch Die digitale Arztpraxis, Zitat, abweichend von der Empfehlung, möglichst alle medizinischen Dokumente in die EPA einzustellen, sollten Dokumente, die besonders sensible und potenziell stigmatisierende Informationen enthalten, nur dann in die EPA eingestellt werden, wenn der Patient der Speicherung zustimmt und aus ihrer ärztlichen Sicht der Nutzung der Speicherung in der EPA den möglichen Schaden eindeutig zu überwiegen scheint. Zitat Ende. Also sensible und potenziell stigmatisierende Daten gibt es nicht nur im psychiatrischen und psychotherapeutischen Bereich. In der Praxis merke ich, dass ich bei den Abrechnungs- und Dauerdiagnosen wieder mehr darauf achte, welche und wie viele Diagnosen ich hier eingebe. Es ist vorhin schon eingeklungen, Gebot der Datensparsamkeit vielleicht auch lieber weniger als mehr. Ich nutze auch keine Online-Terminvergabe. Datenlecks hat es bei Dr. Lib schon gegeben, wir haben das gerade gehört. Große Praxen benötigen dies vielleicht. Ich würde aber nie die volle Terminkontrolle aus der Hand geben wollen. Und es geht online eigentlich niemandem etwas an, wer in welcher Praxis bei welcher Fachrichtung Termine vereinbart. Ich versuche unterm Radar zu bleiben. Man ist ja heute nicht, immerhin auch bis heute nicht gezwungen, einen Überwachungsspion in der Hosentasche zu tragen. Ich nutze immer noch meinen schönen Handschmeichler, das gute alte Klapphandy. Eine Investigativjournalistin hat mir einmal erzählt, wie gut sie es findet, dass man noch am Bahnhof direkt ein Zugticket aus dem Automaten holen kann und dass sie auf den Fahrten zu Informationsquellen kein Smartphone dabei hat. Es ist schon seltsam, in welchen Zeiten wir heute leben. Und es wird gelten, Patienten sorgsam über die Opt-out-Neuerungen aufzuklären. Und vielleicht nicht erst, wenn sie gesetzt sind, denn dann ist es zu spät. Patientenaufklärung ist medizinische Kerntätigkeit. Auch später wird man dann kaum zur EPA-Befüllung Datenspende oder automatisierten Datenweiterleitungen raten können. Wir hatten zum Beispiel 2020 schon einen EPA-Flyer entwickelt. Wir haben ihn eigentlich gar nicht so oft vergeben, weil die Patienten das ja gar nicht nachfragen. Ich glaube, dass Vernetzung untereinander jetzt umso dringender nötig ist, auch mit anderen TI-kritischen Gruppen. Aber wir müssen auch wieder mehr Druck in den Fachberufsverbänden ausüben, dass die nicht, auch wenn gerade keine Wahlen sind, eben trotzdem kritisch bleiben und das mit kritisch nach oben vertreten. Denn sonst werden wir von Patientenbehandelnden zu Datenliefernden. Wenn wir all diese Möglichkeiten, die ich jetzt angedeutet habe, berücksichtigen, bestehen noch Chancen, die Schweigepflichten informationelle Selbstbestimmung zu schützen, nur Honorarabzüge vermeiden und bequem in Ruhe weiterarbeiten zu wollen, wird da nicht mehr reichen. Denn wir werden leider nicht in Ruhe gelassen. Das dürfte deutlich geworden sein. Vielmehr benötigen wir einen hohen Grad an kritischer Aufmerksamkeit und an Selbstbewusstsein, dafür gegebenenfalls gegen den Strom zu schwimmen und sich leider in einen juristischen Graubereich zu bewegen. Wie das halt so ist bei zivilem Ungehorsam, der uns zurzeit ja häufiger begegnet. Wir müssen uns überlegen, ob auch wir ausschließlich wirtschaftliche Interessen verfolgen wollen und dabei aber zu Datengieferanten für Industrie und Wirtschaft werden oder ob wir zum Schutz unserer Patienten, der Schweigepflicht und auch unserer Praxisarbeit unbequem werden und Widerstand gegen Zwang und Überwachung im Gesundheitswesen leisten, was einen auch aus so manchem Ohnmachtsgefühl befreien kann. Vielen Dank. Applaus